Einen wunderschönen Tag, liebe Jungs und Mädels. Heute hier nochmal aus Santa Elena, dem kleinen vorgelagerten Ort vor der Insel Flores. Und ja, wir haben schon wieder 36 Grad und ja, das ist schon um 11. Insofern hoffe ich, dass da nicht mehr so viel drauf kommt, aber trotzdem 36 Grad, das ist mir einfach viel zu warm. Zumal hier noch die Luftfeuchtigkeit dazu kommt und das gefühlt nochmal 2-3 Grad wärmer erscheint. Ja, ist einfach nicht meine Welt. Für uns geht es heute weiter Richtung Karibik. Nicht direkt, aber zumindest näher. Und insofern, wir fahren heute nach Belize. Und Belize soll für mich aber bloß ein Übernachtungspot sein, weil ich einfach keine zwei Grenzen an einem Tag überschreiten möchte. Gut, über Belize weiß ich ehrlich gesagt gar nichts weiter. Ich hab mich auch nicht mit den Grenzmodalitäten auseinandergesetzt. Ich gehe einfach davon aus, dass das reibungslos funktioniert und dann werden wir weitersehen. Ansonsten weiß ich nur, weil mich dieser kleine Start auf der Karte schon immer mal interessiert hat, weiß ich nur, dass Belize eine ziemlich bewegte Geschichte hin und her hatte, bezogen auf koloniale Zeiten. Das heißt Spanier, Engländer später, vor allem dann Engländer später aufgrund von Piraterie und noch später dann aufgrund von Ausschöpfen der entsprechenden Holzreserven, die hier halt überall vorhanden sind. Und damit hat wohl England, oder ja, haben die Briten damals ordentlich einen Fuß in dem Raum Belize drin gehabt. Und haben das meiner Meinung nach dann neben einigen anderen Sachen im Laufe der 80er Jahre hin wieder abgegeben. Das heißt, Belize selbst ist seit 1981, glaube ich, September 81 quasi unabhängig und als Belize staatlich anerkannt sozusagen. Vorher war es, glaube ich, britisch Honduras. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Wie auch immer, aufgrund dieser Kolonialgeschichte ist wohl Abtssprache Englisch. Ansonsten gibt es logischerweise Spanisch vor Ort durch die ganze Vermischung mit den Mayas und Co. Ausgewanderten Leuten aufgrund unterschiedlicher Unruhen in Mexiko oder halt auch in Guatemala sind ja viele Leute zu unterschiedlichen Zeiten da Richtung Belize ausgewandert. Und insofern mischt sich dann auch die Sprache. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Englisch als Amtssprache. Wir haben garantiert Spanisch so als zweite Sprache. Es soll wohl Deutsch auch geben, aufgrund von so Minuiten, Auswanderungen und so. Naja, wie auch immer. Lass mich mal überraschen. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es Englisch ist. Ansonsten gibt es wohl den Belize-Dollar. Und der Belize-Dollar ist, glaube ich, das Doppelte wie ein US-Dollar. Das heißt, für einen US-Dollar bekommt man zwei Belize-Dollar, glaube ich. Irgendwie so war das. Insofern für mich ein bisschen ärgerlich jetzt hier mit dem Geldwechsel hin und machen, hin und her. Das ist immer nicht so ganz schön, gerade bei so kurzen Steps. Aber muss man durch. Mal schauen, wie das geht. Die Grenzen werden mir sicherlich wieder ein bisschen was an meinem Geld abnehmen wollen, mir dabei helfen wollen. Und dann ist das Problem danach vielleicht nicht mehr so groß. Nein, 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 nein. So, wofür auch immer das war, dass ich erst mal 20 Kitzahles bezahlt. Das sind, keine Ahnung, zwei Euro. Irgendwie so. Vermutlich für das Benutzen der Brücke, was weiß ich. Da kommt doch bestimmt noch mehr. Damit habe ich jetzt meine letzten Kitzahles auch ausgetauscht. Auch hier hat man mich interessanterweise nicht abgezogen, was das Geldtauschen anging. Insofern, Guatemala macht auf jeden Fall an der Grenze ziemlich viel richtig, meiner Meinung nach. Und Belize hat bis jetzt hier, war etwas verwirrt, aber dazu komme ich gleich nochmal. Ich muss jetzt hier irgendwie mal rechts ranfahren, um mir hier noch eine Versicherung zu kaufen. Ja, mir sagt es hier rechts, Haus mit rotem Dach. Sehr gut. Steht doch Insurance dran. Wird doch Insurance drin sein, nehme ich an. ICB. Na ja, mal gucken. So, und das war Insurance. Und insofern sage ich jetzt einfach mal herzlich Willkommen in Belize. Belize. Wir sind in Belize. Irgendwie wollte ich schon immer mal nach Belize, aber die Temperaturen, die hier vorherrschen, die will ich einfach nicht mehr. Insofern reiten wir hier durch. Ja, Grenze. I'm a bit confused. Ja, ist das so. Du kommst da rein, bist die ganze Zeit auf Spanisch eingestellt. Guatemala. Du kriegst den Guatemala für deine Versicherung so einen Aufkleber, den da vorne drauf kleben muss, so wie Mount Tickets, die man in Österreich kriegt oder so. Und das Ding musst du abmachen, um damit dann mit deinem SAT, also deinem kurzfristig zugelassenem, ja, Zulassungsschein wie auch immer für das Motorrad, da musst du dann diesen blöden Sticker draufkleben und dann musst du zur Aduana zum Zoll laufen, um den dort dann quasi canceln zu lassen und da ein Motorrad sozusagen wieder austragen zu lassen. Da war so, ja, muss man erstmal drauf kommen. Bin eigentlich nicht drauf gekommen, aber sei mal dahingestellt. Ansonsten hat es gut funktioniert. Guatemala ging, wie gesagt, super, super einfach. Kurz rein ins Gebäude, meinen Stempel geholt für die Ausreise, dann eben hier den komischen Sticker von meinem Motorrad abgemacht, damit das temporäre Einfuhrdokument da gecancelt werden konnte und dann ging es halt weiter Richtung Belize. In Belize dann auch schön nettes Gebäude. Vom Prinzip her auch wieder hier durchgehend quasi eine Reihe, also quasi Migration, Deklaration und Zoll und so alles hintereinander, sodass man sich nicht verlaufen kann. Und dann kriegst du halt auch gleich vor Ort gesagt, wo du deine Versicherung entsprechend besorgen kannst und das hat man dann eben auch gemacht. So, jetzt habe ich in Guatemala quasi, ähm, habe ich schon wieder vergessen. Mensch, war gerade erst her. Ähm, glaube 5 Quetzales. Ne, 20. 20 Quetzales bezahlt in, ja, 20 Quetzales an der Brücke, warum auch immer und wofür auch immer. Keine Ahnung, habe so einen, so einen kleinen offiziell aussehenden Zettel bekommen und das war's dann auch schon. Sehen wollte den keiner mehr. An der Grenze selber habe ich auch nichts mehr bezahlt. Das heißt, es waren diese 20 Quetzales. Dann, ja, Guatemala habe ich 5 Belize-Dollar gezahlt für die Fumigation, also hier wieder desinfizieren. Und dann an der Grenze nochmal Eintritt, boah, also heute habe ich echt nicht aufgepasst. Ich war so verwirrt vor Ort aufgrund der Sprachen. Ähm, habe ich glaube ich nochmal 25, muss ich jetzt echt lügen, ich weiß es nicht. Ne, 45. 45 Belize-Dollar bezahlt. 45 Belize-Dollar sind dann also quasi 20 Euro oder so Eintritt da wieder. Und für die Versicherung, die war, ähm, weiß ich nicht, aber die ist jetzt nur für zwei Tage gültig, weil ich hier halt bloß durchreisen möchte. Dafür ist sie ziemlich teuer. Die hat mich 26 Belize-Dollar gekostet für zwei Tage quasi. Und das heißt, 12 Euro, 13 Euro, wie auch immer, so in dem Dreh für zwei Tage. Tut mir jetzt erstmal nicht so weh, aber bemessen darauf, dass wenn du einen Monat bleibst, keine Ahnung, was da dann für den Preis rauskommt. Aber könnte dann die Versicherung in Belize schon ziemlich heftig teuer sein. Ja, wie gesagt, für mich jetzt als Durchreise war es jetzt nicht so wild. Oder ist es erstmal nicht so wild. Ich sag's einfach nur mal so. Gut, ansonsten war das relativ einfache Geschichte. Wie gesagt, ich war ein bisschen verwirrt, dass plötzlich Englisch gesprochen wurde. Obwohl mir ja klar war, dass hier Amtssprache Englisch ist. Aber es ist dann auch so ein, ich nenne es mal so ein Karibisch Englisch. Also muss man sich erstmal dran gewöhnen, muss man erstmal das Gehör dran gewöhnen. Aber so viel Zeit habe ich gar nicht, weil spätestens in Mexiko wird wieder Spanisch gesprochen. Insofern mag ich mir da gar nicht mal die Mühe. Aber es war jetzt, ich habe ein bisschen gebraucht, um es zu verstehen. Sagen wir mal so. Aber es geht schon. Kein Thema. Und insofern sind wir jetzt in Belize. Bisschen schade drum. Dass wir jetzt hier einfach bloß durchreisen. Aber rein vom Zeitlichen her passt es nicht. Und wie gesagt, die Temperaturen, wir haben jetzt gerade wieder halt, wie vorhin schon mal gesagt, um die 41 Grad, sind eben auch einfach nicht meine. Also da kann ich nicht ab. Und insofern will ich einfach weiterreisen und hoffen, dass es irgendwann mal besser wird. Vielleicht in den mexikanischen Bergen. Da wird es dann wieder ein bisschen kühler, hoffe ich. Ja, wie sich jeder vorstellen kann, habe auch ich Familie. Unter anderem auch eine kleine Nichte. Und ich habe gehört, dass so die Schulkameraden und so nicht glauben, dass ich ihr Onkel bin. Insofern geht hier mal ganz kurz schöne Grüße raus an meine Nichte. Hallo Zoe. Wie geht's dir? Bist du gesund? Machen deine Eltern immer noch Haufen Unfug? Nein, ich habe hier was Schickes gefunden für dich. Ein neues Kuscheltier. Vielleicht bringe ich das mit nach Hause. Musst du einfach mal drunter schreiben. Wenn du willst, packe ich mir so ein Viech ein und dann bringe ich das mit nach Hause. Musst du einfach mal sagen. Aber ich muss jetzt weiter. Insofern noch mal schöne Grüße, Zoe. Und bleib schön gesund. Ansonsten, wie gesagt, rausgehen, Basketball spielen, Fahrrad fahren, nicht ständig YouTube gucken. Wir sehen uns. Alles klar. Tschüssi. Weiter geht's. Junge war das herrlich hier. Ich bin hier in so einem kleinen Retreat gelandet. Also quasi in so einem kleinen Schutzgebiet, privaten Schutzgebiet, direkt am Fluss gelegen. Hier gab es gestern Abend auch jede Menge Krokodile. Aber gestern war es einfach zu dunkel, um das noch aufzunehmen und habe gehofft, dass sie heute Morgen hier noch zu sehen sind. Aber dem war dann leider nicht mehr so. Ein bisschen schade. Aber gut, so ist das nun mal. Ein Haufen Leguane und schicke, nette, kleine Vögelchen sind hier rumgeflogen. Echt schön. Habe ich jetzt 25 Euro bezahlt. Mit Frühstück dann in dem Fall noch. Was man extra kaufen musste. Hat sich auf jeden Fall gelohnt für mich. Ich habe hier herrlich geschlafen. Mit all dem Vögelgezwitscher und Getue und Mache. Und ja, die Stadt ist halt gleich hier nebenan. Die Stadt selber ist jetzt nicht so riesengroß. Bin ich gestern Abend noch um neune hier durchgewandert. Da war jetzt nicht mehr so viel zu sehen. Ich glaube nicht, dass sich das unbedingt lohnt. Aber wie gestern schon mal gesagt, hier weggehend sind halt auch einige Maya-Tempel und kannst halt von hier aus auch so noch so alte verbliebene indigene Völker besuchen und sowas. Da gibt es schon einiges, was man sich hier angucken kann. Und insofern lohnt es sich sicherlich, das hier als Standort aufzusuchen. In diesem kleinen Retreat, wo ich jetzt hier untergekommen bin, kann man, wenn man dann will, auch campen oder seinen Wohnwagen abstellen. Also da ist eigentlich für alles und jeden gesorgt. Die eine oder andere Bank, wie man hier sieht, gibt es hier auch. Das heißt, hier kann man auch Geld wechseln, ohne irgendwelche größeren Probleme zu haben. Und von daher hat man hier alles, was man braucht. Es gibt den Supermarkt, Punkt, Punkt, Punkt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ein guter Stop meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, für mich bloß ein Stopover quasi für die Nacht. Hotels gibt es hier auch mehr als genug. Und ja, für uns geht es jetzt weiter Richtung Mexiko. Ich bin schon an der Grenze, das ging schneller als gedacht. Cargozone, wir müssen nach rechts. Und von daher, ja mal gucken, wie das hier läuft. Public Transportation, Public Private Vehicles, das sind wir. So, jetzt bin ich hier abgestiegen, bin hier kurz durch die Migration und Co. durch. Das hat alles ganz gut funktioniert. Alles gut geordnet, Leute sind ruhig, alles schön entspannt hier. Aber ich muss glaube ich trotzdem noch da drüben, wo der Bus steht, rumfahren, um durch den eigentlichen Checkpoint nach Mexiko zu kommen. Hier ist niemand, dann fahre ich weiter. Im Notpass schießen die Leute, würde ich sagen. Mexican Border nach links, Free Zone sind wir nicht. Also einmal hier rum. So, Retorno wollen wir nicht. Migration. Ja, keine Ahnung. Hallo. Mögen Alimentos, Fruits? Wie? Fruits, Alimentos, Entriebe? Nein, nichts. Mexiko Migration? Ja, ich will nach Mexiko, aber ich brauche Migration und Arzt. Migration, hier auf der Seite, auf der Seite. Okay, gracias. Buena. So, Migration, sagte er hier rechts. Ja, sieht doch mal danach aus. Gut, dann mal gucken. Eine Stunde hier gedauert. Wobei mal wieder die Importation des Motorrads am längsten gedauert hat. Man kann hier auch vorher sich schon anmelden tun und machen, aber das ist alles nur so eine Möchtegernanmeldung, dass du ein Motorrad einführen willst und so. Alles andere passiert erst hier. Also es lohnt sich nicht vorher schon irgendwie per Internet das alles anzumelden, weil die eigentlichen Papiere, die hergestellt werden, die passieren erst hier. Und insofern sitze so oder so. Sehr vorbildlich, Junge. Ja, sitze hier sowieso eine Stunde rum. Völlig irrelevant. So, wir haben nothing to declare. So, fertig sind wir noch nicht. Jetzt hieß das hier vorne dann noch die Gepäckkontrolle und der ganze Kram kommt. Okay, dann war's das. Ich muss noch mal kurz gucken, in welche Richtung ich hier fahren muss. Offensichtlich in diese hier. Meine Taschen hat man dann doch nicht mehr kontrolliert. Da hat man mich jetzt bereitwillig durchgelassen. Das war ja schon mal nett. Ansonsten waren auch die Leute hier alle super nett. Ist natürlich wieder ein bisschen was an Geld losgeworden. Aber so ist das nun mal. Und, oh, wie schön ist das. Hier gibt's sogar ein Geschwindigkeitsschild. Das heißt, ich weiß von Anfang an, wie schnell ich hier fahren darf. Ich freu' mir. Gut. Ja, dann erst mal herzlich willkommen in Mexiko, sage ich. An mich und an euch auch natürlich. Die Grenze hat mich jetzt, naja, eine Stunde gedauert. Also quasi eine Stunde und eine Viertelstunde letztendlich. Weil, wie vorhin schon mal kurz angerissen, mal wieder sehr, sehr lange gedauert hat, um die Importationsgeschichten, ja, Unterlagen fertig zu kriegen. Dafür habe ich jetzt tausende von Zetteln in mehrfacher Ausführung. Keine Ahnung, zwölf Stück. So ganz genau habe ich nicht erzählt. Die werde ich jetzt durchs Land schleppen. Und dann hoffentlich ohne Probleme im Norden Mexikos wieder abgeben dürfen. Ansonsten hat mich das Ganze hier jetzt halt Belize ein bisschen was gekostet. Oder Belize ein bisschen was gekostet. Ach Gott, ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Und jetzt hier in Mexiko auf jeden Fall. Es war ein bisschen schwierig, weil mal über Dollar gesprochen worden ist. Dann wieder über Bezos, dann wieder über Belize Dollar. Insofern muss ich ständig hin und her rechnen. In dem Fall war das jetzt... Ich habe 30... 30 Dollar bezahlt für das Anmelden Motorrad XY... Ich habe 50 Dollar für die Bearbeitung nochmal bezahlt, wo auch immer das herkommt. Das steht allerdings auf dem Zettel drauf. Das muss ich mir nachher nochmal in Ruhe angucken. Und ich habe 400 Dollar als Deposit abgeben müssen. Wobei ich ein bisschen Sonderbar finde. Aber gut, das muss halt... Ja, das sollen die Länder für sich entscheiden. Ist halt bloß ein bisschen unangenehm. Aber die Kollegen aus Guatemala und Belize, die neben mir standen, die mussten dasselbe bezahlen. Und insofern scheint das erstmal normal zu sein. Sagen wir mal so. Ja, insofern bin ich hier knapp 500 Euro losgeworden. Auf dieser Grenze. Ein bisschen mehr sogar. Das ist ja unglaublich. Wir haben mir noch erklärt, dass du dann die 500 Dollar bla 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 oder 400 dann beim Austritt wieder rauskriegst. Das ist klar. Ist ja ein Deposit. Sollte ja auch so sein. Allerdings Krux bei der Geschichte ist dann immer tagesaktuelle Umrechnung. Also ob du dasselbe Geld wieder zurückkriegst, wie du heute bezahlt hast. Das wird sich dann noch zeigen müssen. Aber grundsätzlich soll beim Canceln des TIP sozusagen, der temporären Einführung, soll das Deposit quasi automatisch wieder zurückgegeben werden. Funktioniert ja, kennt man jetzt so vom Autoline und so ja auch. Sollte hier also auch kein Problem sein. Ist halt bloß ein Geschäftsgebarn, was ich persönlich bisher noch gar nicht kenne. Und auch ehrlich gesagt noch nie an irgendeiner Grenze hatte bisher. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Und insofern ist das mal was Neues. Gut. Insofern. Wir sind in Mexiko. Bis nach Bacala ist nicht mehr weit. Sind so 30 Kilometer, quasi eine halbe Stunde hier. Und dann suche ich mir da eine Unterkunft. Mal schauen, was sich da so finden lässt. Ich glaube heute bräuchte ich mal wieder eine Klimaanlage. Bei mir ist das echt ordentlich warm. In der Region haben wir halt immer noch 36, 37 Grad. Das ist immer noch angenehmer als die 42 in Flores. Aber ach ja, ein bisschen weniger könnte dann schon sein. Aber gut, wir wollen ja nicht heulen. Auf nach Bacala. Bacala, ein kleines Städtchen, 1545 gegründet. Hat heute ca. 13.000 Einwohner. Und wurde in einer Tourismusaktion als sogenanntes magisches Dorf bezeichnet. Und das ist es irgendwie auch. Mit seinen tollen Cafes, kleinen Parks macht das wirklich Spaß hier rum zu flanieren. In der Stadt selber findet sich dann noch die Festung San Felipe Bacala. Und ja, ist ein guter Aussichtspunkt. Von hier aus kann man sehr gut auf die eigentliche Attraktion gucken, weshalb ich hier bin. Nämlich der sogenannten Lagune der sieben Farben. Die ist wirklich ein unglaubliches Naturschauspiel. Und auch wenn es heute etwas bewölkt ist, kann ich die Schönheit von diesem Ort kaum fassen. Und ja, wie schon mal gesagt, ist mir unglaublich warm und ich will jetzt hier einfach nur schwimmen gehen. Und um euch irgendwelche Albträume zu ersparen, sage ich an der Stelle nur, ich bin Jens. Das ist meine kleine Weltreise und wenn ihr mögt, schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis dahin bleibt alles schön gesund und wir sehen uns.